Neue Helden, neutrale Items und jede Menge Kuriere. Ja, das Outlanders Update hat einiges verändert in Dota und mittlerweile können wir wahrscheinlich von Dota 3 oder Dota 4 sogar reden. Bei Omen Play & Perform erklären wir euch heute, wie ihr mit den Veränderungen am besten umgeht. Kennt ihr das? Ihr streitet euch mitten im Match, wer den Kurier denn nun als erstes gerufen hat und wer sein Item bekommt? Ich hatte den Kurier zuerst. Nein, ich! Nein, ich! Ich benutze den Kurier, okay? Ich hole den Dragon! Schnauze, Leute, Spieler! Das gehört jetzt der Vergangenheit an. Denn jeder Spieler hat seinen eigenen Kurier. Danke. Danke. Auch um das Kaufen des geflügelten Pferdchens müsst ihr euch nicht mehr kümmern. Und bei bestimmten Meilensteinen erreicht ihr Fähigkeiten wie Fliegen oder hohe Geschwindigkeiten bei kurzen Zeiträumen. Natürlich werden bei einem so riesigen Update auch zwei neue Heroes vorgestellt. Snapfire und der vierte Geisterheld, Void Spirit. Während Snapfire eher als Offlane oder Support Hero genutzt wird, ist Void Spirit erst für die Core-Position zuständig. Und kleiner Tipp meinerseits, der Doppelweltmeister Thompson spammt diesen Hero regelrecht. Kommen wir nun zur Größenveränderung, den Neutral Items. Das sind übrigens Gegenstände, die zufällig droppen, wenn ihr im Jungle Neutral Clamps leert. Unterteilt werden die 58 Neutral Items dabei in fünf verschiedenen Tiertypen, die ab bestimmten Zeiträumen droppen. Und pro Tier können nur vier Gegenstände für ein Team droppen. Zu Beginn haben die Items nicht wirklich spielentscheidenden Einfluss. Deswegen reicht es, wenn ein, zwei Heroes in den Jungle gehen und nach den Items suchen. Im Late Game sieht das aber anders aus und dann tummeln sich die Heroes sozusagen schon im Jungle, um einfach die besten Items zu bekommen. Immerhin Supports haben Grund zur Freude. Während sie früher kaum Geld hatten, weil sie Worlds kaufen mussten oder den Torrier aufleveln mussten. Sieht es jetzt anders aus. Jetzt können sie selbst Items haben, die spielentscheidend sind. Auch wenn es am Ende vielleicht nur das alte, abgelegte Item des Carries ist. Wichtig ist am Ende die Kommunikation auch hier. Denn ihr müsst mit euren Teammates absprechen, wer am Ende welches Item bekommt. Die sind übrigens in dieser wunderschönen Truhe. Das heißt, Supports müssen gar nicht selbst durch den Jungle streifen. Durch das Update sind Camps endlich wieder wichtiger geworden. Geht also in den Jungle, farmt, bevor euch wichtige Items entgehen. Oder schlimmer noch, der Gegner nimmt sie euch vor der Nase weg. Falls ihr Anmerkungen oder Fragen habt, schreibt uns unter dem Hashtag OmenPlayandPerform Das war's für heute. Ich bin weg. Tschüssikowski. Das alles, das war's für heute. Du bist wunderschöpfig D sequences dinлей Kwsend